Hallo ihr Lieben, das ist ein Video, in dem ich euch ein Geheimnis verraten möchte. Eigentlich ist es gar kein richtiges Geheimnis, aber das Geheimnis, wie man Philosophen liest, wenn sie denn Philosophen überhaupt sind. Das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist gar nicht so bekannt. Vielleicht ist es auch bekannter, als mir klar ist und es ist eigentlich auch im Grunde ziemlich banal. Aber es könnte auch sein, dass es tatsächlich wirklich gar nicht so viele Menschen wissen, sogar innerhalb der Philosophie, also des Fachs Philosophie an der Uni nicht. Und zwar hat es also wirklich eine Intensität, die es sonst gar nicht so gibt. Und zwar ist es tatsächlich eine ganz, ganz krasse Wort-für-Wort-Lektüre, nicht jetzt mal. Das heißt, Philosophen liest man so, dass man tatsächlich über jedes einzelne Wort, das da fällt, auch über die Reihenfolge natürlich, den Zusammenhang, auch die Interpunktionen und wirklich so ziemlich alles nachdenkt. Also man liest wirklich, ich kann es nicht anders sagen, unglaublich langsam und man geht eigentlich über nichts hinweg. Also man liest nicht einfach drüber weg, das machen wir nämlich sonst die ganze Zeit. Und man merkt sich auch möglichst alles. Und dazu sind jetzt mehrere Dinge gleich zu sagen sofort. Erstens zum Beispiel, nichts, was ich hier mache auf dem Kanal, genügt in diesem Sinne philosophischen Kriterien. Das heißt, bei Philosophen ist es so, dass sich das lohnt, über jedes Wort nachzudenken. Das ist zum Beispiel hier auf dem Kanal nicht so. Es ist also hier alles ziemlich undurchdacht, ziemlich spontan und damit eben auch sehr, sehr unphilosophisch. Das heißt nicht unbedingt, dass das hier schlecht ist, aber es ist eben, hat nicht die Intensität, die Philosophie hat, wenn sie Philosophie ist. Und es gibt dann auch viel so, man könnte sagen, fast versteckte Witze in der Philosophie, die man aber erst dann entdeckt, wenn man halt so, wirklich so langsam und so genau hinschaut. Das hat natürlich auch viel damit zu tun. Ich sage es mal ganz komisch, die Leute hatten früher mehr Zeit. Sie hatten natürlich auch für eine gewisse Art auch wieder nicht mehr Zeit. Ich meine, sie hatten sehr viel Technik nicht, die halt sehr zeitsparend ist. Aber sie hatten sehr viel Ablenkung nicht. Zum Beispiel hier auch schon oft erwähnt, in den platonischen Dialogen, die sind da so ein bisschen auch stilbildend, ist es so, dass die Gesprächsmanagement, die haben ja ziemlich lange Unterhaltungen, die da so quasi wie ein Theaterstück aufgezeichnet sind. Natürlich sind es keine Aufzeichnungen, sondern Konstruktionen Platons. Und die Gesprächspartner in den Gesprächen haben ein irre langes Gedächtnis. Also es kommt in einigen Dialogen vor, dass die dann irgendwie 100 Seiten später oder so nochmal auf was zurückkommen, was sie für 100 Seiten gesagt haben. Dann kann man sagen, ja, das ist halt Literatur und es konstruiert Platon und so. Meines Erachtens gibt das aber wieder, wie die Leute wirklich gedächtnistechnisch, memo-technisch aufgestellt waren. Das heißt, ich glaube nicht, dass das eine reine literarische Konstruktion ist, sondern dass es wieder gibt, dass die Leute wirklich ein solches Gedächtnis in der Zeit hatten. Und das hatten sie zum Beispiel deswegen, weil sie halt sowas wie Fernsehen nicht hatten und andere Ablenkungen nicht hatten oder wir heute das Internet. Die Leute hatten ein anderes Gedächtnis und konnten mit Sprache daher auch ganz anders umgehen als wir. Wir sind also viel vergesslicher. In der Philosophie, wenn man jetzt wirklich noch Philosophie machen möchte, und ist ja auch bekannt, ich bin extrem philosophiekritisch. Das gilt auch weiterhin. Auch wenn ich jetzt hier gerade versuche zu erklären, wie man Philosophen liest, bin ich trotzdem philosophiekritisch, aber wenn man das wirklich macht, dann hat das eben eine Intensität, die es sonst nicht gibt. Man könnte das sagen, das ist so ein bisschen wie Rechnen mit Worten. Klingt jetzt erst mal komisch oder doof, aber ihr könnt euch ja vorstellen, also wenn ihr jetzt wirklich eine komplexe Rechnung habt, dann ist es ja so, dass wenn du irgendeine Ziffer übersiehst, ist die Gesamtrechnung falsch, ja, also dann ist das ganze Ergebnis falsch. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, Philosophen gehen mit Sprache so um, als wäre sie Mathematik, dann ist irgendwie klar, dass über kein die, kein und, kein Komma hinweggegangen werden darf, weil sonst ist die Gesamtrechnung falsch. Und was aber gewöhnlich passiert ist, dass Philosophen ungefähr so gelesen werden, und man liest halt so ein bisschen rein und dann hat man da einen Gedanken und da hat man einen Gedanken und da hat man, ne, oder man assoziiert irgendwas und so. Das ist aber alles unfilosophische Lektüre von Philosophen. Also Philosophen lesen Philosophen anders als Nicht-Philosophen Philosophen lesen. Ich weiß nicht, ob man dem noch folgen kann, aber es ist, es wird eine andere Art von, da greift einfach ein Stein ins andere. Also mein philosophischer Hauptlehrer hat dazu mal gesagt, Philosophen kann man eigentlich nur von ihren Voraussetzungen her kritisieren, weil sozusagen das ganze Teil, was die da bauen, also man kann sich das vorstellen wirklich wie eine Kathedrale oder wie ein krasser, einfach eine krasse Konstruktion, wo wirklich ein Teil ins andere greift. Eigentlich nur dann ist es Philosophie. Wenn es nicht so ist, dann haben halt Leute nachgedacht, aber halt auf eine unfilosophische Art. Und also sozusagen jedes Wort ist mit Absicht da, wo es steht. So wie bei den Mathematikern jede Zahl oder jede Variable oder so und jede Klammer und jedes Plus und jedes Mal halt auch aus einem Grund dasteht, wo es steht. So ist es bei den Philosophen mit den Worten. Und das bedeutet, dass man halt ganz, ganz anders drüber nachdenkt und halt auch irre langsam liest. Das kann also total nerven und auch wirklich eine Qual sein für den Geist. Man entdeckt dann aber Dinge, die man sonst nicht entdecken würde, wenn man nicht so lesen würde. Und dann ist aber natürlich die Frage, warum tut man das überhaupt? Das ist ja durchaus eine Frage. Also das ist ja sehr time-consuming. Es kostet sehr viel Lebenszeit und das Leben ist kurz. Warum sollte man das tun? Da braucht man Gründe für. Diese Gründe fehlen den meisten Menschen. Und deswegen lesen die meisten Menschen sowas wie, ich sag's mal ein bisschen böse, es gibt nicht ganz wenige Menschen, die zum Beispiel Nietzsche gar nicht so schlecht finden. Ich trinke mal kurz was, dann sage ich was dazu. Es gibt auch viele in der Philosophie, also im Fachphilosophie, die glauben, dass Nietzsche gar kein richtiger Philosoph ist, weil das wäre ja so, ne, Metaphern, Anekdoten, Aphorismen und so. Und auch viel Selbstbeweihräucherung. Nietzsche war jemand, der ganz genau wusste, was er tat. Also Nietzsche ist mit hundertprozentiger Sicherheit ein hundertprozentiger Philosoph. Also er ist nicht zum Beispiel unphilosophischer als jemand wie Husserl oder wie Kant. Er macht, er hat aber ein anderes Projekt am Start innerhalb der Philosophie. Ein Projekt, das Leuten entgeht, die nicht Nietzsche so lesen, wie man Philosophen im Allgemeinen lesen muss. Und dann sprüht Nietzsche irre viel Funken. Aber dazu muss man halt sehr geduldig sein und sehr viel Zeit haben. Man muss also diese berühmten dicken Bretter bohren. Einen Grund auch dafür haben, das zu tun, also so zu lesen. Und dann kommt man bei Nietzsche auf noch mehrere Ebenen, nicht nur eine Ebene hinter der Ebene. Also das ist ein fast bodenloses Unterfangen, ähnlich wie übrigens bei Platon. Und das ist nicht immer so. Also du kannst auch Leute lesen, die vielleicht erstmal philosophisch daherkommen. Dann machst du das und dann merkst du, da ist nicht viel dahinter. Also sozusagen du kommst vielleicht eine Ebene dahinter und danach kommt nichts mehr. Es ist nicht sehr vielschichtig oder da ist nicht viel philosophischer Gehalt. Bei Nietzsche ist das anders. Und Nietzsche hat aber eine fiese Strategie. Nietzsche will halt tradiert werden. Und deswegen baut er das Ganze ganz bewusst so. Und das ist auch eine eigene Kunst, das so zu bauen, dass viele Leute Nietzsche echt gerne lesen und was ihm halt garantiert, dass er tradiert wird. Das hat er sich von Platon abgeschaut. Platon baut ja auch so, der Sokrates erzählt dann einmal einen Mythos. Und es ist halt alles auch so gebaut, dass es irgendwie einigermaßen interessant ist. Deswegen wurden die platonischen Dialoge überhaupt über 2400 Jahre tradiert. Es sind ja auch viele Schriften verloren gegangen. Platon hat das halt sehr geschickt gemacht. Also es ist kein Zufall, dass Platon heute noch gelesen wird. Nietzsche hat ein ähnliches Projekt am Start und möchte also auch noch in Jahrtausenden gelesen werden. Und insofern sind halt sozusagen viele Leute, die Nietzsche begeistert sind, aus Nietzsches eigener Sicht wahrscheinlich sowas wie Tradierungsvieh. Also reines Vehikel. Sie sind nicht die Adressaten von Nietzsche. Also er hat nicht sie im Blick, als für wen er schreibt. Aber sie sind sozusagen aus seiner Sicht nützliche Idioten. Viele bekennende Nietzschianer sind aus Nietzsches eigener Sicht nützliche Idioten. Also Nietzsche ist kein freundlicher, freundlicher Geist. Das sagt er ja auch recht deutlich, aber das macht ihn auch nur umso anziehender. Also da gibt es mehrere Ebenen auch auf der reinen Rezeptionsebene. Nicht alle Philosophen sind so. Es gibt auch Philosophen, die interessieren sich zum Beispiel überhaupt nicht für Rezeption. Die interessieren sich für, sind halt sehr, keine Ahnung, mathematisch veranlagt, interessieren sich für Problemlösen oder wie funktioniert die Welt oder wie kann man das denken oder haben irgendeine Entdeckung gemacht und davon ausgehend bauen sie die Welt nochmal ganz neu zusammen. Wieso Kinder? Ja, ich nehme den Laden einmal auseinander und dann baue ich ihn neu zusammen. Also es gibt sehr vielschichtige Motive auch innerhalb der Philosophie. Aber gemeinsam ist, dass wenn es ein Philosoph ist, lohnt es sich, diese Wort-für-Wort-Lektüre oder Zeichen-für-Zeichen-Lektüre zu machen. Also wahnsinnig, wahnsinnig langsam zu lesen und es lohnt sich. Also bei nicht-philosophischen Autoren lohnt sich das nicht. Das eint übrigens Philosophie, da hat Richard Rorty tatsächlich einen Punkt mit richtig guter Literatur. Also was nichts mit Philosophie zu tun hat, sondern was weiß ich, Gedichten, Romanen, die eine gewisse Qualität haben, da ist es so, das kannst du tausendmal lesen und du entdeckst immer noch eine Ebene und du entdeckst immer noch was, was dir bei den 999 Mal davor nicht aufgefallen ist. Also es ist sozusagen mit einer Metapher formuliert, es ist ein Fass ohne Boden und wenn es kein Fass ohne Boden ist, ist es keine Philosophie. Das haben, tut mir leid, viele sogenannten analytischen oder angelsächsischen Autoren nicht verstanden. Die haben ein anderes Ideal, die wollen klare und verständliche Sprache, also eben gerade nicht Bodenlosigkeit. Aber das macht sie aus philosophischer Sicht ehrlich gesagt ziemlich uninteressant, nämlich ziemlich unphilosophisch. Also sie sind sozusagen diesen Aufwand, den man auch bei ihnen betreiben muss, nicht wert, während zum Beispiel jemand wie Kant, ich bin kein Kantianer, habe ich ja auch schon oft durchblicken lassen, dass ich Kant für nicht einen sonderlich lesenswerten Autor halte, aus mehreren Gründen nicht. Aber das ist bei Kant anders. Bei Kant lohnt sich das natürlich. Kant ist ein Philosoph ohne Frage und man kann ein ganzes Leben mit Kant-Interpretation verschwenden. Also du kannst, es ist möglich, nichts anderes zu tun im Leben als Kant zu lesen und zu verstehen zu versuchen und du wirst nicht fertig. Das ist drin und das ist bei so gut wie jedem Philosophen drin. Und das, glaube ich, können sich viele Nicht-Philosophen gar nicht vorstellen. Also Nicht-Philosophen nehmen halt normalerweise einen Philosophen in die Hand, lesen so ein bisschen rein und haben dann halt Gedanken. Ich weiß, es ist gemein, aber ich möchte den Unterschied klar machen. Und wenn die Philosophen lesen, dann gehen die einfach ganz anders ran. Die nehmen sich unendlich viel mehr Zeit und denken über jeden Scheiß echt lange nach. Das macht man normalerweise nicht, weil wie sollte man auch auf die Idee kommen? Das ist da auch nochmal, ich sage es mal ganz neutral, eine andere Möglichkeit gibt, mit Sprache umzugehen. Also, dass man mit Sprache auch noch andere Dinge anstellen kann, als wir sie sonst so gewohnt sind. Und damit sich das aber einem erschließt, muss man überhaupt auf die Idee gebracht werden in der Regel. Also von alleine kommen nur ganz wenige Leute auf die Idee, dass man das machen könnte und dass man also A, selber so schreiben könnte, aber dass man auch andere lesen könnte, weil das hat echt was Verrücktes. Also Philosophie ist in sich auf mehreren Ebenen echt zutiefst verrückt. Völlig durchgeknallt und zwar so durchgeknallt, dass die meisten Menschen nicht mal auf die Idee kommen, dass es so eine Durchgeknalltheit überhaupt geben könnte. Und also, wenn man das lobend erwähnen muss, und wie gesagt, ich bin aus mehreren Gründen extrem philosophiekritisch, aber wenn man es mal lobend erwähnen will, hat das eine Intensität, die es halt sonst, man vielleicht für manche Menschen in der Musik gibt oder in der Kunst gibt oder in der Mathematik gibt. Also auch einen Fokus und eine Konzentriertheit, die man sonst nicht so häufig antrifft. Das hat tatsächlich auch was Religiöses. Also es gibt ja dieses berühmte Goethe-Zitat, ich kriege es nicht richtig hin, wer Wissenschaft und Kunst hat, der hat auch Religion, wer Wissenschaft und Kunst nicht hat, der habe Religion. Da ist was Wahres ausgesprochen. Und also von diversen nicht-philosophischen Wissenschaftlern habe ich jetzt schon gehört, dass sie in der wissenschaftlichen Tätigkeit eben auch so eine Dimension finden, die man jetzt als Nichtwissenschaftler in der Wissenschaft nicht vermuten würde. Also auch ein Erleben von Verbundenheit mit der Welt, ein Sinn erleben, ganz viel gleichzeitig im Grunde, was also fast eine religiöse Dimension hat, obwohl es wirklich strenge Wissenschaft ist. Also es ist nicht jetzt so Leute, die irgendwie abdriften, sondern die machen schon Wissenschaft. Aber in der Wissenschaft erleben sie Dinge, die wir normalerweise mit Religiosität verbinden würden, in der wissenschaftlichen Praxis. Und bei Philosophie ist das auch so. Obwohl Philosophie keine Wissenschaft ist. Es ist nochmal einfach was Eigenes. Also natürlich hat sich die Wissenschaft, wenn man jetzt rein ideengeschichtlich denkt, halt irgendwie aus der Philosophie herausentwickelt. Aber trotzdem kann man das trennen heute. Da ist die Wissenschaft und da ist die Philosophie. Und wie gesagt, ich kann das gar nicht unbedingt empfehlen. Und in der Regel muss man das auch nicht. Also es gibt einfach Menschen, die neigen dazu. Also die haben Zugang oder so oder für die macht das Sinn und Menschen, für die ist das nicht so. Sie werden also auch, wenn ich das jetzt höre, was ich hier erzähle und das überhaupt glauben, was ich hier erzähle, es trotzdem nie tun, weil warum sollten sie? Und es gibt Menschen, die brauchen auch sowas, so eine Erklärung von mir nicht. Die kommen da von alleine drauf. Das gibt so jemand, war ich zum Beispiel nicht. Also ich habe Lehrer gebraucht, die mir das vermittelt haben, weil von alleine wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man überhaupt so lesen kann oder dass man so schreiben kann. Und wie gesagt, ich tue es nicht. Wenn ich mich frage, warum tue ich es nicht? Weil ich meine, ich habe da ja irgendwas drin gefunden, sonst hätte ich nicht Philosophie studiert. Also gerade diese Intensität fand ich damals, als ich ein jüngerer Mann war, sehr anziehend und verlockend. Also das hatte was. Das hatte echt, kann es nicht anders sagen, ein gewisses Sexappeal. Ich mache es ja selber nicht. Und dann kann man ja fragen, warum mache ich das denn nicht? Ich kenne es ja, aber mache es nicht. Und ich würde sagen, eine bessere Erklärung habe ich nicht, weil ich einfach andere Neigungen habe. Ich finde andere Dinge beglückender als das. Ich kenne einfach, so manch ein Philosoph hätte das bestritten, aber ich würde sagen, ich kenne beglückendere Dinge als Philosophie, während so richtige Philosophen würden sagen, es gibt kein größeres Glück als die Philosophie selbst. Also das Glück des Theoretikers, der dann auch eben den Bios Theoretikos, die Vita Contemplativa, begründet oder wie auch immer. Also hinter der berühmten Vita Contemplativa, die die meisten nur von Hannah Arendt kennen, steckt halt noch sehr viel mehr, aber ganz drastisch formuliert, die allermeisten Menschen haben dazu keinen Zugang. Es ist echt exklusiv. Es ist wie ein exklusiver Club, du kommst da nicht rein. Und Hertha gesagt, du willst da auch nicht rein. Du kommst da deswegen nicht rein, weil du da auch gar nicht rein willst. Also die meisten Menschen, die Philosophen lesen, lesen Philosophen so, als wären sie keine Philosophen, sondern halt einfach halt ein weiterer Mensch, der halt irgendwas geschrieben hat. Also es ist möglich, Philosophen unphilosophisch zu lesen und auch nie, nie auf die Idee zu kommen, dass da noch was ganz anderes ist, dass man auch ganz anders lesen könnte, weil warum? Und da ist kein Impuls dazu da. Mir wurde der Zugang gelegt. Also ich kenne diesen Zugang und habe das auch lange praktiziert. Also mir wurde das vermittelt und dann habe ich mich selber gequält und habe das gemacht und habe eben dann auch diese Ebenen gefunden, die man dann findet. Und da liegt ein gewisses Glück drin, das würde ich sofort unterschreiben. Und vor allem liegt da eine gewisse krasse Intensität drin, also die vielleicht eben so, ich stelle mir mal vor, bin ich halt alles selber nicht, aber ich stelle mir immer so vor, das kennen vielleicht wirklich eingefleischte Mathematiker, die wirklich Spaß an Mathematik haben. Das dürfte vergleichbar sein. Oder wirkliche Musik-Cracks. Und da gibt es übrigens auch Verbindungen. Also zum Beispiel über meinen philosophischen Lehrer kursierte über das Gerücht. Also so hat man über den geredet, dass der dann in den Semesterferien sich hingesetzt hat und irgendwas von Wagner, Richard Wagner, halt, ja, weiß ich nicht, wie er es nennen soll, gehört hat. Aber in diesem gehört hat liegt halt sehr viel mehr drin. Also das ist so, das ist ein sehr, sehr mental-emotionales Glück, zu dem nicht sehr viele Menschen, glaube ich, in der Form einen Zugang haben. Also es gibt viele Leute, die irgendwas an Wagner finden, aber halt nicht das. Und das Gleiche gilt halt für Philosophie. So. Und wenn ich es jetzt ganz drastisch sage, gibt es halt so Minimum, eigentlich sehr viel mehr, aber es gibt Minimum zwei Arten, wie man Philosophen lesen kann. Und lustigerweise zum Beispiel Nietzsche selber empfiehlt die eine, die unphilosophische Art. Warum er das tut, ist ein eigenes Riesenthema. Also das ist selber sehr extrem vielschichtig und multidimensional. Aber Nietzsche empfiehlt im Grunde, Philosophen unphilosophisch zu lesen. Also so, wie man es natürlicherweise tun würde, wenn man das, was ich, von ich hier gerade rede, nicht kennt und noch nie davon gehört hat oder es nicht für sinnvoll hält. Das heißt, du nimmst das einfach und dann ziehst du dir raus, was dir intuitiv zusagt und den Rest vergisst du. Also eigentlich ist es so eine Art, man bedient sich. Stell dir vor, nehmen wir mal Lego. Stell dir vor, jemand hat aus Lego-Steinen wirklich ein Kunstwerk gebaut. Ja, also wo du nicht wusstest, dass das mit Lego überhaupt möglich ist, sowas zu bauen. Das hast du jetzt vor dir. Jetzt willst du aber was Eigenes bauen und du hast keine neuen Steine. Du musst die Steine dieses Kunstwerks benutzen und was Nietzsche dir empfiehlt, ist, nimm dir die Steine, die du brauchen kannst für das, was du bauen willst und vergiss die Konstruktion des anderen. Ja, so. Oder was ja oft auch passiert, ist tatsächlich in der Geschichte, dass Leute also Baumaterialien genommen haben von Zeug, was Menschen früher gebaut haben und dann einfach auch Dinge zerstört haben, weil sie haben halt das Baumaterial gebraucht. Das ist das, was Nietzsche empfiehlt. Und Philosophen, die Philosophen lesen, machen zunächst folgendes, sie zerstören nicht den Bau des anderen. Sie erkunden alle Gänge, alle Seitenwege, alle versteckten Räume, alle Falltüren, alle kleinen Ärgerchen, alle Räume, die man erstmal nicht sieht und würdigen auch die Gesamtkonstruktion inklusive Statik, Baumaterial, Akustik und andere Dinge, die man in diesen Räumlichkeiten, die der Philosoph gebaut hat, ja, also alles, alles daran. Und dann ist aber die Frage, ob du dann, wenn du das machst, noch dazu kommst, was Eigenes zu bauen. Das passiert nämlich nicht ganz wenig. Also es gibt Leute, die wissen das, wovon ich hier gerade rede. Das hat aber auf sie den Effekt, dass sie nicht mehr eine eigene Philosophie zustande bringen. Die werden dann Kantianer oder Hegelianer oder sowas. die gehen sozusagen verloren im Gebäude eines anderen. Ich bin mal gemein, das hat auch was ein bisschen Armseliges. Also Philosophen haben für solchen Menschen, die in ihren eigenen Gebäuden, die sie selber gebaut haben, verloren gehen, nicht sehr viel Respekt. Philosophen, wer das nicht weiß, sind generell nicht so wahnsinnig nette Menschen in der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber für die meisten gilt, ich sag's mal drastisch, es sind mit die unnettesten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Ich hatte mal eine Phase, da hatte ich vorhin, ich kenn dir die dunkle Triade, also die meisten kennen sie mittlerweile, die drei, deswegen Triade, maligner Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie und ich hatte eine Phase, da habe ich gesagt, eigentlich sind es vier, es ist eigentlich eine dunkle Tetrade, weil das vierte ist die Philosophie. Und was ist der gemeinsame Nenner dieser dunklen Triade? Es sind antisoziale Traits, es sind antisoziale Persönlichkeits- oder Verhaltensmuster. Also es sind unterschiedliche Formen, maligner Narzissmus ist was anderes als Psychopathie und Machiavellismus ist nochmal was anderes und dann gibt es halt noch was viertes und das ist Philosophie. Das ist auch extrem antisozial und deswegen könnte man es also dort aufnehmen. Aber es hat auch ein Sechsepil und das ist auch geil und es hat wie gesagt eine Intensität, die man vielleicht sonst nur in der Mathematik und in der Kunst finden kann überhaupt. Vielleicht manche im Sport tatsächlich. Manche machen aus Sport so ein weiß ich nicht. Also manchmal zum Beispiel wenn wir uns vorstellen einen Pep Guardiola. Ich glaube der hat ein Verhältnis zum Fußball wie die Philosophen ein Verhältnis zur Philosophie haben. Vermutung. Ich meine ich kenne ihn nicht persönlich aber von außen wie man ihn darstellt und wie er sich darstellt. So in die Richtung geht das. Wir würden vielleicht vereinfachend heute sagen Nördigkeit einfach aber dann dann vereinfachen wir was Nördigkeit ist. Also wenn wir sagen Philosophie ist eine bestimmte Unterform von Nördigkeit dann ist die Gefahr dieses Labels Philosophie ist eine Unterart von Nördigkeit dass uns ganz viel dabei entgeht. Also wir denken dann wir wüssten was Philosophie ist eine Unterart von Nördigkeit aber eigentlich wissen wir es nicht. Weil damit ganz viel noch nicht gesagt ist. Und dann kommen wir noch zu einem Thema das ist echt nicht unwichtig das hatte ich jetzt neulich mit einem Freund hat mir auch meinen philosophischen Hauptlehrer beigebracht und das ist ein Wahnsinnsthema also wenn man das wenn man das begreift was das heißt. Ich versuche es hier in der Kürze überhaupt auf den Tisch zu bringen das ist gar nicht so leicht. es geht ungefähr so keine Theorie keine Philosophie kann vollständig ihre eigenen Voraussetzungen erläutern ist eigentlich noch zu schwach ganz viel und das ist nicht auflösbar was worauf sagen wir mal so worauf diese Philosophie fußt bleibt ungesagt ist aber wichtig also Philosophen reden ja wahnsinnig viel und schreiben dicke Bücher und es gibt zum Beispiel bei Kant so Sätze also wenn du zwei Seiten hast dann beginnt der Satz links oben auf der einen Seite und endet auf der anderen Seite also praktisch der Satz geht über zwei Seiten wenn du dann also praktisch Philosophie studiert hast und du musst später dann irgendwas Schriftliches machen das ist echt schlimm die Leute sagen dir immer du musst kürzere Sätze bilden und so und du bist aber halt daran gewöhnt jetzt dass es auch sowas gibt ja also Sätze die über zwei Seiten gehen und es ist ein Satz es ist wirklich ein Satz und aus Gründen deswegen zum Beispiel viele Philosophen waren auch richtig schlechte Redner also wenn ich mich richtig erinnere war es zum Beispiel so dass Hegel jetzt kein guter Redner war aber die Leute hingen trotzdem an seinen Lippen und von einem der Weizsäckers ist folgendes Zitat ich hoffe ich gebe es richtig wieder überliefert der saß in einer Heidegger Vorlesung und meinte dann ich sitze hier drin und ich verstehe kein Wort das muss Philosophie sein so ging es übrigens auch meiner Frau meine Frau hat ja katholische Theologie studiert und saß dann auch in Philosophie Vorlesungen weil man das auch im katholischen Theologiestudium teilweise musste und hat kein Wort verstanden der Unterschied zwischen ihr und mir ist dass sie das nicht geärgert hat sie hat dann einfach was anderes gemacht was Schönes gemacht mich hat das geärgert dass ich es nicht verstehe und habe mich reingekniet das heißt ich habe ernsthaft studiert meine Frau nicht die hat Party gemacht während dem Studium ich nicht so also kommen wir nochmal zu diesem Voraussetzungserläuterungsthema das heißt du hast da eine Philosophie vor dir und das sind dicke Bücher ja und du denkst jetzt boah da hat aber jemand viel gelabert da hört sich aber jemand gern reden oder da hört sich jemand gern schreiben oder keine Ahnung warum denn so viele Worte warum denn so dicke Bücher da sage ich gleich noch was zu was mit mir zu tun hat aber jetzt erstmal der Gedanke fertig ähm und hinter dem dicken Buch sind auch ganz viele andere dicke Bücher die nicht dastehen und hinter denen sind wieder andere Bücher die nicht dastehen und das hört gar nicht auf und das ist aber trotzdem irgendwie anwesend also das Ungesagte steht hinter dem Gesagten und ist auch nicht beliebig oder irgendwie also im Sinne von man kann das jetzt beliebig interpretieren sondern da ist was bestimmtes aber es ist immer so viel da dass nicht über alles geredet werden kann also ein Philosoph der versuchen würde auch seine ganzen eigenen Voraussetzungen mit zu erläutern würde nie fertig werden es wäre ein Unterfangen das zum Scheitern verurteilt wäre und deswegen versuchen das viele Philosophen gar nicht das ist übrigens auch ein Teil was Philosophie sehr spannend macht weil es eben diese Ebenen dahinter überhaupt gibt also man könnte sich vorstellen wie einen doppelten Boden und hinter dem doppelten Boden ist nochmal ein doppelter Boden und das hört gar nicht auf und es ist aber sozusagen trotzdem greifbar es ist nicht einfach irgendwie beliebig wie halt ja auch Mathematik nicht beliebig ist du kannst nicht in der Rechnung einfach eine beliebige Zahl reinschreiben dann verändert sich halt die Rechnung also kannst du machen aber da macht manchmal die Rechnung halt keinen Sinn mehr oder geht nicht mehr auf oder so wie gesagt Philosophie kann man sich vorstellen als eine Art sich dem anzunähern wie Rechnen mit Worten dazu ist auch eins mein passt auch eins meiner Lieblings Hobbes Zitate ganz gut es geht irgendwie die ist ungefähr so ich hoffe auch das gebe ich einigermaßen richtig aus dem Gedächtnis überhaupt wieder weil wie gesagt Gedächtnis ist leider nicht meine Stärke er sagt die Worte sind die Rechensteine der Klugen aber das Geld der Narren und dann geht es noch irgendwie weiter das geht gegen bestimmte eben gerade auch philosophische Tradition oder Umgang mit der Philosophie also Hobbes ist ein kritischer Satz von Hobbes gegen seine Zeit die Rechensteine der Klugen aber das Geld der Narren seien die Worte oder die Sprache so also das ist so und wenn man da anfängt darüber nachzudenken was das heißt dass Philosophien ihre eigenen Voraussetzungen nicht mit erläutern können also das trifft wieder auch sehr stark Teile der angelsächsischen Philosophie die versuchen das nämlich und das macht diese Philosophie so unfruchtbar und unergiebig und auch uninteressant aus meiner Sicht zumindest jetzt kommen wir noch zu dieser angekündigten Anekdote rein zu mir ich bin so ein ein ganz merkwürdiger Mensch der es gibt ja Leute die mögen dünne Bücher und es gibt Leute die dicke Bücher und schon als Kind mochte ich dicke Bücher und zwar aus einem ganz eigentlich leicht nachvollziehbaren aber auch so ein bisschen problematischen Grund ich war wahnsinnig traurig wenn das Buch zu Ende war und deswegen war es mir lieb umso dicker das Buch ist ich hatte es schon immer so das Buch ist wie in eine Welt eintauchen und ich will aus der Welt aber gar nicht auftauchen wieder ja und deswegen also mochte ich keinen dünnen Bücher umso dicker das Buch umso interessanter einer der ersten Bücher die ich überhaupt gelesen habe war ein wahnsinniges dickes Buch ähm ganz problematisches Zeug das ist Kampf um Rom von Felix Dahn das ist so ein protofaschistischer Roman über die Goten ja sehr problematisches Zeug aus heutiger Sicht aber das habe ich als Kind verschlungen und geliebt und zwar einfach weil es ein verdammt dickes Buch du liebst das ist so du gewinnst die Person es ist so ein bisschen wie Game of Thrones also das Lied von Eis und Feuer ja so in die Richtung geht es aber halt viel älter und du hast also diese Personen die da ein rund um Rom einen Kampf um die Macht austragen und es ist auch verfilmt worden glaube ich zweiteiliger Film oder so so Kostüm Historien Film mäßig aber so und also ich habe einfach geliebt dass das Buch dick ist da bist du dann in der Philosophie an der richtigen Stelle also du kannst ein Leben verbringen wirklich auch nur mit einem Philosophen das geht wenn es ein Philosoph ist geht das bei Nicht-Philosophen wird das dann irgendwann langweilig weil da irgendwann ist dann da nichts mehr bei einem bei einem Philosophen also du kannst irgendeinen nehmen nehmen wir Spinoza oder so vielleicht könntest du irgendeinen nehmen also wenn es Philosoph ist du kannst dein Leben lang nichts anderes machen als den lesen und so hört nicht auf spannend zu sein wird eher so es ist ein bisschen dann wirklich irgendwann wirklich freaky also keiner kann da mit dir noch was anfangen kein anderer Mensch aber das brauchst du dann vielleicht auch gar nicht mehr du hast ja Spinoza oder Hegel oder Kant oder irgendwen Platon, Nietzsche Wittgenstein oder so und du hast da so ein Zwiegespräch und mehr brauchst du auch gar nicht weil das Zwiegespräch ist so reichhaltig dass du nicht noch was anderes brauchst ja das ist möglich bei Philosophen glaube ich können sich viele Menschen nicht vorstellen oder weiß ich nicht oder ist meine Fantasie so zu begrenzt zu dem was sich Menschen vorstellen können was sie sich nicht vorstellen können it depends vermutlich jetzt muss man sich ja vorstellen es gibt ganz viele davon ja von diesen Philosophen Typen so ein Leben reicht nicht aus um das alles auszuschöpfen was ein Philosoph wenn er ein Philosoph ist so was da alles drin liegt jetzt ist aber ja nur ein Philosoph und dein Leben ist kurz und begrenzt was machst du denn jetzt versteht man das Problem du musst dich entscheiden und da gibt es ja auch Leute die haben noch den Ehrgeiz noch eine eigene Philosophie zustande zu bringen da müssen die irgendwas machen also damit beschäftigt sich Nietzsche echt viel mit diesem Problem vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben und dazu kommt halt dass die Leute heute in der Regel halt tausend andere Beschäftigungen haben tausend Ablenkungen es kann sein und das wäre vielleicht auch gar kein Verlust für die Menschheit dass die hochstehende Kulturpraxis der Philosophie einfach aus praktischen soziokulturellen Gründen zum Erliegen kommt also die Texte werden natürlich weiter aufgelegt werden von einigen manche auch weniger also da wird es zu Veränderungen kommen also ob man 100 Jahre noch Kant liest keine Ahnung kann auch sein dass das wirklich nicht wird kann man sich heute nicht vorstellen aber kann sein dass das passiert aber es kann sein dass sozusagen die philosophischen Texte noch da sind aber keiner liest sie mehr philosophisch weil niemand mehr auf die Idee kommt weil halt unser Umgang mit Sprache sich sehr verändert also ich gehe generell davon aus dass durch Social Media es zu einer Art merkwürdigen Reoralisierung der Sprache kommt wir kommen ja ursprünglich aus oralen Kulturen dann kam irgendwann die Schrift also noch lange vor dem Buchdruck und dann kam es zu einer Literalisierung der Kulturen also das ist literale Kulturen kann man das nennen und wir haben eigentlich jetzt mit Social Media eine Reoralisierung das heißt wir kehren eigentlich dahin zurück wo wir als Menschen herkommen nämlich aus oralen Kulturen und das ist sehr gegen die philosophische Praxis gerichtet es kann sein dass praktisch Philosophie einfach deswegen ausstirbt weil keiner mehr auf die Idee kommt Philosophen so zu lesen wie man Philosophen lesen muss damit man sie als Philosophen liest das kann echt passieren weil keiner mehr den Nerv und die Zeit hat also man wird dann immer noch Platon lesen aber man wird es halt nicht philosophisch tun sondern so kursorisch oder weil einer dieses und jenes interessiert und so aber das ist halt keine philosophische Lektüre also vielleicht auch so nochmal Philosophie wenn sie philosophisch ist ist echt scheiß streng das ist vielleicht auch so ein Problem ich neige nicht zu dieser Art von Strenge die stößt mich eher ab oder ich finde sie nervtötend und auf eine gewisse Weise auch sehr unlebendig aber egal aber es ist auch die Voraussetzung für diese Intensität es hat auch was wenn man es so nennen will überhaupt mit geistiger Disziplin zu tun du musst halt dabei bleiben und du musst dich also es hat auch was mit Selbstquellen zu tun es ist eine Quälerei es ist ähnlich wie also sagen wir vielleicht so so wie im Sport man ja bestimmte Leistungsniveaus echt einfach nicht erreichen kann wenn man sich nicht quält ist leider so also reden wir über Profisport da ist auch viel Selbstquälerei dabei weil sonst ein bestimmtes Level wirst du nicht erreichen in der Philosophie ist das auch so also wer glaubt man kann bestimmte Dinge erreichen in der Philosophie ohne sich selbst gequält zu haben also einfach so ich lese so schöne Dinge das ist ja ganz anregend ist ja interessant ja der liest vielleicht Philosophen aber er liest sie unphilosophisch wenn du nicht deinen Geist dabei quälst und also da wirklich durch so eine Art ich weiß gar nicht wir sind da eine kognitive Mühle gehst dann hast du eigentlich keinen Zugang zu Philosophie und das könnte dann eigentlich auch nochmal einen überlegen lassen ob Philosophieren wirklich eigentlich überhaupt was Schönes ist wenn man sich da quälen muss aber wie gesagt man erreicht eine gewisse Intensität aber die erreicht man eben auch nur deswegen weil man sich quält und es gibt und es gibt noch echt unendlich mehr zu diesem Thema zu sagen aber jetzt bin ich müde und mache einen Punkt ich wollte das mal sagen oder mal teilen also wie gesagt ihr könnt das gerne machen ihr könnt es aber genauso gut lassen das Leben ist kurz man kann unendlich viele Dinge mit seinem Leben anfangen und sozusagen Philosophen auf philosophische Weise zu lesen ist nur eine von diesen unzähligen Dingen was man mit seinem Leben so anfangen kann und es ist immer auch die Frage warum tut man das warum würde man sowas Verrücktes tun und der Witz ist aber in der Regel ist diese Frage immer schon entschieden manche Menschen neigen dazu also für die ist die Frage warum sollte man das tun gar keine Frage sie tun es einfach weil für sie ist das sinnvoll bei anderen Menschen ist es so die würden gar nicht auf die Idee kommen auch wenn sie das jetzt hören von mir würden sie nicht auf die Idee kommen weil es macht für sie keinen Sinn also eigentlich die Frage warum sollte man das tun ist eine sinnlose Frage weil entweder macht es für dich Sinn oder nicht das ist ein bisschen ähnlich wie bei Kunst entweder spricht das Kunstwerk zu dir oder nicht natürlich kann man irgendwie Leute ranführen aber es gibt da eben auch Grenzen ja es gibt Leute die stehen vor dem Jackson Pollock Gemälde heißt der Jackson Pollock muss nachschauen ich bin eigentlich Banause ich bin kein wirklicher ähm ja Jackson Pollock und es macht nichts mit ihnen das gibt es und auch mit aller Erläuterung nicht und Heranführung nicht und es gibt Leute die stehen vor so einem Jackson Pollock Gemälde und im Grunde es ist wie eine Hypnose die brauchen jetzt nichts mehr anderes im Leben weil dieses Jackson Pollock Gemälde hat für die derart viel Gehalt dass die damit ein halbes Leben verbringen können mit einem Gemälde wohlgemerkt und das ist so die Intensität die Philosophie auch hat wenn sie Philosophie ist und wie gesagt es gibt Dinge die laufen rum unter dem Label Label Philosophie haben diese Intensität aber nicht und das ist Entschuldigung dass ich das so sage liegt nicht im Auge des Betrachters das ist nicht so dass das so ist weil weil der eine ist so und der andere ist so und ganz viel Subjektivität nee nee das ist eine objektive Gegebenheit dazu hat zum Beispiel Gadamer ganz viel zu sagen also Hans-Georg Gadamer so ein komischer Heidegger-Schüler eigentlich auch nicht sonderlich wichtig aber der hatte dazu eine sehr klare Meinung und an dieser Stelle muss ich sagen schließe ich mich Gadamer an da hat er recht es gibt da was Objektives und das ist nicht eine Interpretationssache also wie viel Tiefe in Philosophat ist einfach eine objektive Gegebenheit das ist da oder nicht da ähnlich wie halt in Teilen von Kunst zu denen ich aber deutlich weniger Zugang habe also ich habe einen Zugang zur Philosophie aber zu Kunst habe ich so gut wie keinen Zugang so ich bin eine echte Banause so das wollte ich sagen und jetzt mache ich tatsächlich einen Punkt viel Spaß damit was auch immer ihr damit anfängt wie gesagt ich gehe davon aus es ist eh schon in euch entschieden also ihr habt gar nicht die Wahl ob ihr der oder der seid also ob ihr einen Zugang zur Philosophie habt oder nicht er ist da oder er ist nicht da ihr könnt nicht machen dass er da ist wenn er nicht da ist und ihr könnt nicht machen dass er nicht da ist wenn er da ist im letzteren Fall herzliches Beileid im Übrigen erkenne ich die Tatsache an dass die Isonomie die Politie die Demokratie gelost werden muss dann geht es dann geht es Untertitelung des ZDF, 2020